Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Creative Life. Meine Damen und Herren, lange, 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 lange Arbeit investiert. Und ihr seht im Hintergrund, es hat sich gelohnt. Ich habe wirklich jetzt lang darauf hingearbeitet, mir diesen kleinen Traum von meinem Grundstück zu ermöglichen. Ein schwebendes Grundstück, Laputa, die schwebende Insel. Und genau das haben wir hier erbaut. Wir haben uns ja in der letzten Folge überlegt, wie das Ganze möglich ist. Jetzt gucken wir ganz kurz mal in die Statistiken. Was sagt denn hier die Time Plate? 5,27 Stunden, holy moly. Ja, was ich gemacht habe, folgendes. Ich bin erstmal in die Mine gegangen und habe erstmal gebuddelt, gebuddelt, gebuddelt und eine ganze Menge Diamanten bekommen, damit ich erstmal Rüstung und Tools mehr machen konnte. Dann habe ich durch das ganze Buddeln eine Menge Steine bekommen. Die habe ich alle geschmolzen, habe sie zusammengebaut, habe auch verschiedene Layers genommen. Das Ganze werde ich vielleicht nochmal später ein bisschen dekorieren. Das ist jetzt erstmal die Grundlage. Und dann habe ich quasi das Design, was wir uns mal überlegt haben bezüglich der Turbine. Der Windblätter, das habe ich nochmal ein bisschen verfeinert, dass das etwas ordentlicher aussieht. Und dann noch ein bisschen Gold dran gehangen und das hat runtergesetzt und tada, fertig. Leute, Leute, normalerweise frage ich ja nicht darum, aber jetzt schreibt es mal in die Kommentare. Wie cool findet ihr das? Und wenn es euch richtig gefällt, naja, ihr dürft gerne das Video bewerten, aber ihr kennt mich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die da hinterher betteln. So, ja, wie kommt man jetzt nach oben? Das ist tatsächlich jetzt die Frage, die ich erklären möchte. Dafür habe ich einiges vorbereitet. Im Inventar eine ganze Menge Sachen habe ich jetzt schon und es fehlt eine Sache und zwar Slime Ball. Das ist nämlich Spark Slime Ball. Den habe ich mir ausgeliehen, damit ich mit diesem Slime Ball einige Sachen bauen kann. Man kann hier in dieser Mod, zum Beispiel das hier, die Chassis, die kann man mit Slime bestreichen, ohne dass dann quasi Slime benutzt wird. Dafür habe ich mir den Slime von Spark ausgeliehen. Den bringen wir jetzt auch mal ganz kurz wieder zurück. Spark hat auch schon eine Windmühle gebaut. Das ist das coole System, wenn man Wolle hat. Je mehr Wolle man hat, desto schneller dreht sich das. Und das Ding erzeugt auch Energie. Und das ist natürlich das Praktische bei dem Ding da hinten. Die Insel schwebt. Für uns sieht es so aus, als ob die Insel durch den Rotor schwebt. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, die Insel schwebt, weil Minecraft es halt möglich macht, dass Inseln schweben können. Und der Rotor bringt uns Energie für die Insel. So, Slimeball geht zurück. Ihr ist noch was aufgefallen? Ich kann das J nicht schreiben. Jedes Mal, wenn ich J drücke, guck mal, ich schreibe jetzt mal J und zack, öffnet sich die Minimap und das Schild ist verlassen. Dann muss ich nochmal vielleicht eine andere Tastenbelegung machen. Vielleicht habt ihr auch eine Ahnung, wie man das lösen kann. So, wir brauchen ein Schleimball. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich diesen Schleimball bekommen möchte. Beziehungsweise wie ich ihn bekomme. Ich werde mir mal kurz darum ein wenig Gedanken machen. Und dann geht es gleich weiter und wir widmen uns da mal so langsam dem Fahrstuhl. So, also entweder gehe ich jetzt tatsächlich so ein Slime farmen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Aus diesem Grund machen wir es jetzt auf die coole Variante. Wir machen uns davon ein paar. Dann können wir uns einen sowas hier craften. Das ist ein Milestone. Jetzt gucken wir mal, ob wir den direkt hier an diese Schaltung anbauen können. Ja, das geht da oben an der Stelle. Das ist einfach nur temporär einmal ganz kurz. Das ist etwas, um zu malen. Oh, das merkt die Technik natürlich nicht. Jetzt müssen wir kurz hier die Clutches engagen. So, okay, damit die Energie richtig aufgeteilt wird. Gut. Und, ähm, wo war meine Kiste nochmal? Da. Hier habe ich zwei Kisten. Da sind so meine wichtigsten Sachen drin. Ich habe hier noch Weizen drin. Yes. Schön. Okay, und das Weizen, das muss mal kurz da reingelegt werden. Wir brauchen eigentlich nur ein Slime für unser ganzes Vorhaben. Aber jetzt kommt die Flex-Lösung. Und zwar Weizen rein. Weizen rein. Komm, ich mache nochmal ganz viel Weizen rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es scheint was zu passieren. Wir warten mal. Wenn alles gut geht, sollte da Mehl rauskommen. Oder Stärke. Ich weiß nicht, was da die richtige Übersetzung ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie er jetzt rauskommt. Auf jeden Fall läuft noch was. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Bitte sag mir, dass es geklappt hat. Ah, da ist es. Okay, cool. Ich kann hier draufklicken und dann kriege ich das. Da ist es auch schon, was ich haben möchte. Wunderbar. Wir sollten ein wenig Ordnung noch bewahren. Also, der Anderseed geht wieder zurück. Die Goggles behalte ich für den Moment noch. Das ist Limestone. Den habe ich unten auch in der Erde gefunden. Ich habe so einiges bei meinen gefunden. Ich bin sogar auf einen Geist gestoßen oder irgendetwas, was mich angegriffen hat. Und ehrlich gesagt, das hat mir nicht gefallen. Das hat mir Angst gemacht. Wusstet ihr, dass man Y drücken kann? Dann sieht man das Inventar und man kann dann Slots aus dem Inventar auswählen. Also, man lernt echt eine Menge. So, jetzt haben wir 27 mal with Flour. Flour? 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 Da raus. Warte, wie ging das jetzt nochmal? Machen wir Teig. Doh. Cookie Doh. Teig geht mit Wasser. Okay. Wasser, Dings, Doh. Okay. Das könnte nervig werden. Ähm. Ja, das wird nervig. Gut. Das Gold brauche ich nicht. Ich verschenke es. So. Gold. Josef verschenkt Gold. Krass, was? Ja, das könnte jetzt einen Moment dauern. Ich crafte das mal eben um. Bis gleich. Das dauert ganz schön lang, muss man sagen. So. Aber. Wir haben es. Okay, wir haben es geschafft. Gut. Alles klar, Leute. Wir haben eine Menge Teig gemacht. Da haben wir unseren Teig. Und jetzt kommt der Witz. Als nächstes benötigen wir Green. Wir brauchen Green Dye. Oder habe ich es? Also, ich kann euch zeigen, was der Trick ist. Und zwar, man kann Slime auch noch so craften, wie wir es hier sehen. Und dazu brauche ich Lime Dye. Lime Dye. Äh. Es ist ja. Es wäre ja viel zu einfach gewesen, wenn es einfach wäre. Ne, Leute? Natürlich ist es das Rezept dafür zum Kotzen schwer. Gut. Ähm. Lime Dye. Gut. Wie machen wir Lime Dye? Grün. Grün geht nur durch Kaktus. Ach, Connors. Kinders. Nein. Nein. Ey. Kaktus. Okay. Wir brauchen Kaktus. Wo haben wir Kaktus? Haben wir überhaupt Kaktus? Nein. Wir haben keinen Kaktus. Wieso sollten wir auch Kaktus hier irgendwo haben? Oh. Okay, ich organisiere eben die Materialien. Ich habe die Lösung gefunden, wie wir das Ganze ohne Kakteten machen können. Und zwar mit... Poppy? Ganz recht. Ganz recht. Mit... Poppy? Wenn wir die nehmen, haben wir die Möglichkeit, da Dye rauszubekommen. Fragt mich nicht, warum das so ist. Es scheint wohl so zu sein. Don't ask me why. By the way, für all die, die sich vielleicht darüber beklagen oder einige sagten von euch, Yeah, seit wann schneidest du denn deine Videos, Josef? Ich schneide meine Videos nicht. Und ich schneide immer noch die Videos. Wenn ihr einen Cut seht, dann liegt das daran, dass ich das Ganze hier nicht schneide, sondern dass ich die Aufnahme anhalte. Das ist ein Feature von OBS. Ich kann die Aufnahme quasi anhalten. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme. Das Ganze entsteht hier live. Und dem möchte ich quasi... Also ich möchte ja bei so einem Projekt, wo man wirklich viele Schritte machen muss, die sehr langwierig sind, möchte ich euch ein wenig die Wartezeit ersparen. So, jetzt... Na, jetzt möchte ich gerne hier erstmal gucken, ob das funktioniert, was wir haben. Damit kriegen wir schon mal grüne Dye raus. So, ich packe die alle hier in den Mörser rein. Gut, dann haben wir schon mal grüne Dye. Jetzt brauchen wir noch weiße Dye. Alter, wie kompliziert, Mann. So, white Dye. Die bekommen wir durch Bone Meal. Bone Meal bekommen wir durch Knochen. Cool. Können wir Bone Meal anders bekommen? Ja, über einen Komposter könnten wir Bone Meal bekommen. Ähm. Wie komplex ist so ein Komposter? Zeig ja. Ich glaube, der ist ja nicht so kompliziert, oder? Der Komposter. Hm, mir fehlt mir Zaun für. Habe ich Zaun? Ja, da habe ich Zaun. Gut, dann machen wir es über den Komposter. Das ist mir jetzt gerade die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, die mir einfällt. Denn ich habe tatsächlich noch eine ganze Menge Crab in meinem Inventar, was ich mal kurz hier einstampfen werde. So. Und zwar die ganzen Samen. Die benötige ich alle nicht mehr. Dann, Achtung, fertig, los. Und wir kompostieren. Oh, das ist ineffizient. Die, äh, immerhin kriegen wir ein. Aha, aha, okay. Wir haben einmal, oha. Alter, was kämpfe ich hier gerade für diesen, für den, für den Slime Ball? Komm schon, komm schon. Was, was können wir noch einstampfen? Die Bären. Ich will ein, eins, einen will ich noch haben. Komm, komm. Gut. Dankeschön. Alles klar. So. Dreimal immerhin. So. Was haben wir hier Schönes? Kriegen wir da auch mal die Sachen raus? Oh. Wie, rot. Stopp. Nein. Pfui. Das, das ist gelogen. Gelogen. Lügen. Lügen in dieser Welt. Lügen. Lüge. 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 Lügen. Lügen. Lüge. Ich, ich, ich glaube, mich lügt ein. Keine Ahnung. Hier steht doch eindeutig, dass wir Green Dye bekommen, wenn wir das hier machen. Fünf Prozent. Äh. Äh. FML. Okay. Large Ferns. Können wir Large Ferns abbauen? Ist es möglich, Large Ferns abzubauen? Nein. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Nicht mit der Hand. Okay. Wie könnten wir die abbauen? Mit einer Silk Touch Spitzhacke. Gut, dass ich eine Silk Touch Spitzhacke. Bläh, 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 bläh. Ich habe keine Silk Touch Spitzhacke. Okay. Doof. Dofe Idee. Ganz, ganz dofe Idee. Green Dye. Ähm. Ich könnte auch einfach noch Slime suchen. Nö. Äh. Was kann man denn noch? Aber warum funktioniert das? Es sah so vielversprechend aus. Fünf Prozent. Ja, aber Fern. Okay. Fern. Fern. Kann man die noch anders bekommen? Nein. Man muss sie abbauen. Ich habe keine Silk Touch Spitzhacke. Ich wüsste nicht, wie man sie abbauen könnte. Und ich habe auch keine XP, weil ich dummerweise gestorben bin. Dämlich. Ich habe eine Menge XP durch die Mine bekommen. Ähm. Hm. Ich nehme nochmal. Komm. Fünf Prozent Chance, Leute. Ey. Wir nehmen die. Poppy? Lösung. Hier sind so viele. Poppy? Es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Ich glaube an. Poppy? Und ich glaube, dass. Poppy? uns zum Weg helfen wird. Entschuldigung, Kevin. Ich hoffe, ich darf dieses Sample noch nutzen. So. Ah. Schönste Zeit in Craft Attack. Schöne Grüße an Kollege Gamers Time an der Stelle. Ähm. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. So. Kinders. Wir haben. Komm, komm, komm. Ich will. Ich kriege. Ich kriege hier gleich. Ich kriege die Krise. Blizzy joins the game. Uh. Lass mal seine Live-Reaktion abwarten. Mal gucken eben kurz. Okay. Ich habe Blizzard an die Strippe geholt. Hi. Hallo. Ich möchte deine Reaktion haben auf das. Okay. Äh. Wow. Das sieht cool aus. Ja. Da habe ich jetzt den ganzen Vormittag dran gearbeitet. Okay. Was passiert denn da anders? Noch nichts. Also, okay. Das ist jetzt, das schwebt erstmal das Ding und erzeugt Energie für mein Haus. Das soll später meine Plattform werden, wo ich mein Haus baue. Und, ähm, ich brauche jetzt gerade. Poppy? Damit ich, ähm, grüne Farbe bekomme. Oder hast du eine Idee, wie man besser grüne Farbe bekommen kann, außer in den Mixer zu werfen? Ähm, gute Frage. Du brauchst einfach nur grüne Farbe. Ja, ich brauche Slimes. Also, das ist das. Und ich habe mir mal wieder die komplizierteste Variante aller Varianten gewählt, Slime zu bekommen. Und unter anderem sind wir jetzt schon so weit, dass ich eigentlich alle Ressourcen bis auf grüne Farbe zusammen habe. Okay. Und dann kann ich Slimes machen, theoretisch, glaube ich. Also, ich kenne eine Location, wo Kakteenen schon wachsen, falls du das bräuchtest. Ähm, okay. Ist die weit weg? Ähm, ja, leider. Also, man muss mit dem Boot knapp 1500 Blöcke weit gehen. Okay, ich versuche mein Glück. 5% Chance. 5% Chance. Leute, ey. Wir versuchen unser Glück. 5%. Komm. Okay. Das wird doch funktionieren, oder? 5%. Wie jetzt? Ich habe keine Ahnung, warum 5%? Also, mit 5% kommt da grüne Farbe raus, wenn man in den Dings reinwirft. Okay, okay. Und was machst du heute? Ja, ich habe grüne Farbe bekommen. Juhu. Nein. Nice. Nicht schlecht. So, jetzt allerdings, ja. Hallo, Leute. Jetzt schaut euch das an. Hier, pass auf. Wir nehmen jetzt Baunmehl. Machen Baunmehl zu Farbe. Ähm, das Schild brauche ich gerade nicht. So. Weiße Farbe und grüne Farbe machen Lime-Farbe und Lime-Farbe. Und da machen Slimes. Wohoo. Wohoo. Nicht schlecht? Ja. Dann hast du es ja schon. Ja, ich habe es lang gekriegt. Blizzor, erzähl mal. Ähm, ich war jetzt hier bei der Live, bei dem letzten Livestream nicht dabei. Was sind die Pläne hier für unsere Stadt? Ja, also, da ist leider gar nicht viel für die Stadt gemacht worden. Also, das Einzige, was ich persönlich gemacht habe, war Erzefarm und, ähm, ich habe ein Schiffstour gemacht, wenn man das so sagen kann. Ich wollte ursprünglich eigentlich nur eine bestimmte Holzart suchen, aber ich habe so viele Schiffswracks gefunden, dass ich die ganze Zeit leergeräumt habe. Und für mich war ja, die 1.14 ist ja für mich fast schon Neuland, wenn man das so sagen kann, weil ich ja nur Modpacks nutze und die sind halt alle in der 1.12 gewesen davor. Krass, okay. Und es war für mich komplett neu, das Ganze zu sehen und ich habe so viel Unsinn gefunden. Also, alleine drei Heart of the Sea, ich glaube, die sind auch sehr selten. Heart of the Sea sind selten, damit kannst du diesen Aqua-Dingsbums-Maschinchen bauen. Die Conduits da. Ich muss deshalb so lachen, weil bei mir Craft Attack nicht anders begonnen hat. Da war ich auch erstmal die ganze Zeit so, ich musste erstmal alle Wracks durchsuchen. Aber da kommen wir auch gut an Ressourcen, muss man sagen, oder? Ja, definitiv. Also, ich habe sehr viele Diamanten gefunden und auch sehr viel Eis und Gold. Also, das war alleine 29 Emmels. Äh, klar, kann ich machen. So. Das war unglaublich. Ja, das ist Wahnsinn. Okay, Leute, Leute, Slime, ich habe Schleim. Das bedeutet, wir können jetzt unser Vorhaben in die Tat umsetzen, Fahrstuhl bauen, der da hochfährt. Ähm, wir würden jetzt noch ein bisschen was machen und in der nächsten Folge stellen wir den fertig. Ich bereite jetzt alles vor. Blizzard, ich bin so aufgeregt. Wenn das funktioniert, ey, das wird so geil. Ich bin echt gespannt. Denn ich habe eine Kleinigkeit vor, Kinders. Ich habe hier vor, dass wir einen, dass der Fahrstuhl, der soll man gar nicht erkennen, dass da ein Fahrstuhl ist. Also, es ist quasi ein Private-Fahrstuhl. Das war jetzt schlecht erklärt, oder? Ich bin nicht so gut. Ein Private-Fahrstuhl. Ja. Okay, warte. Ich bringe jetzt erstmal so alle Sachen hier in Sicherheit aus meinem Winter. Ich muss, die Mod, ich liebe die ganzen Mods, die hier drauf sind. Allein Y, wenn man die Taste Y drückt, das ist so hilfreich. Äh, Y? Ach so, ja, natürlich. Die gibt es schon etwas länger, die Mods. Aber... Für dich ist das bestimmt alles... Für mich ist das Neuland, um es jetzt mit deinen Worten zu zitieren. Gibt schon Ewigkeiten, diese Mod. Aber ich fand sie auch damals ganz spannend. Nur irgendwann hat es mich ein bisschen genervt. Deswegen, ich nutze die gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber die ist natürlich trotzdem sehr schick. Das stimmt. Headbang. Also, ich entdecke gerade die Emotes. Ach, es ist schön. Herrlich. Es ist wirklich toll, was man hier alles machen kann. So. Ähm, jetzt müssen wir einen Trick anwenden, Leute. Der Fahrstuhl, der soll ja am Ende genau da oben alignen. Und ich habe mich genau mit dem Fahrstuhl auseinandergesetzt, wie der funktionieren soll. Ähm, ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Also, eins, zwei, drei. Da soll der Fahrstuhl quasi alignen. Und dann soll jetzt hier eine Art Plattform sein, die sich nach oben bewegt. Ich hoffe, ich nerv dich hier nicht, wenn wir gerade im Talk sind. Ich weiß nicht, was du machen wolltest. Nee, alles voll. Ganz spannend. Ja? Ich wollte ursprünglich nur einen Screenshot für einen Wappen im Wappen. Ja, selber schuld. Aber das ist okay. Ich zwinge dich jetzt hier, diese Aufnahme mit mir durchzustehen. Nein, alles gut. Du kannst jederzeit gehen, wenn du möchtest. Nee, ich bin gespannt drauf. Ja. Du sollst nur wissen, wenn du gehst, dann nehme ich dir das übel. Ach so. Ja, dann. Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Nur, dass du Bescheid wirst. Warum nicht? Dann hast du bei mir verspielt. Nein, alles gut. Heute Abend, also quasi Zeitpunkt der Aufnahme, ihr seht das am 14., wenn alles gut geht. Aber heute Abend gibt es einen Livestream, da bin ich auch nochmal dabei. Ich bin schon ganz gespannt. So, Leute. Also, hier soll später die Plattform nach oben steigen. Ungefähr diese größte soll die Plattform haben, die nach oben steigt. Die hat hier ein Center. So. Center. Kennst du Center Shocks? Oh ja, die sind so gut. Leute, kennt ihr Center Shocks? Also, ich liebe Center Shocks. Ja. Ich, ähm, liebe sie. Oh Gott. Alter, wenn ich dran denke, die Pavlovschen Hunde, ne? Ich krieg hier grad Sabber. Also, äh, das geht gar nicht. Oh Gott, ey. Die grauenhaftste Erfindung aller Zeiten. Center Shocks. Aber, äh. Kennst du? Hm? Was? Ich find die eigentlich voll gut. Ich find die auch voll gut. Aber die, 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 die. Ah. In der Grundschule hatte ich mal den Fehler gemacht, mit einer Mutprobe fünf von denen auf einmal in den Mund zu nehmen. Das, oh, guck mal, ich denk jetzt schon dran, ich sabber. Alter, wenn alleine der Gedanke. Das Spannende daran ist ja, dass nur die äußere Schicht so übel ist. Ja, richtig. Genau, und wenn man schnell genug reinbeißt, dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Ja, weil das Innere neutralisiert das irgendwie, ne? Genau. Und deswegen, ich fand die nie so, aber klar, wenn du da fünf Stück im Mund nimmst, dann kannst du das schlecht draufkauen. Richtig. Ähm, in der Schule hatten, glaube ich, einige von meinen Mitschülern das immer so gemacht, dass sie die unterm Waschbecken erst abgewaschen haben, damit sie diese äußere Schicht nicht essen mussten. Ah, okay. Ja, das ist die... Das ist Cheaten. Die B****-Strategie. Ja, also das brauchen wir ja nicht machen. Nein, nein, nein. Kann man es ja gleich bleiben lassen. Die, ähm, was... Ich wollte es so sagen, die B****-Strategie. So. Sorry, ich spiele zu viel mit meiner Technik herum. Das ist mein großes... Ich merke es. So, Leute. Schaut's her. Ähm, ich habe jetzt hier den, äh, Schäft gegraben für unseren Fahrstuhl. Ich hier unten wird dann... Wir wollen einen, ähm, Hydraulikfahrstuhl bauen. Ich wollte erst einen Lift bauen, der nach oben läuft. Aber ich dachte, es ist cooler, wenn die Insel schwebend bleibt. Also, dass da keine Kabel und Seile runterfliegen. Ähm, das ist, glaube ich, die beste Variante. Und deshalb habe ich hier diesen Platz ausgegraben, meine Damen und Herren. Und das bleibt gespannt. Im nächsten Part werde ich mit euch hier die Technik für den Fahrstuhl bauen. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr euch auch. Und, ja, verfolgt das Projekt auch gerne bei den anderen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Ciao.